Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factory, beziehungsweise Party Factory, Part 3, zusammen mit meinem Baby. Guten Tag, oi Baby. Schmeckt's? Ja. Soll ich dir euch den Schrauben? Ja, nee, Bio macht das. Habe ich schon. Also dann kannst du schauen müssen. Wenn ihr euch freundet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und auch gerne die anderen Videos von der Factory. Und Joach, gell? Joach. So, ich mach mal Eier. Ah, komm, sag. Geht lecker. Ich glaube, das sagst du mir. Ah ja. Ah ja. Hab ja keine. Das ist drin. Was denn? Ey, guck mal. Wie wir schon haben wir uns erstellen. Na, Kupfer kannst du erstellen. Kupfer, ja, elf Stück. Und? Habt ihr das? Da kannst du Draht aus Kabel machen. Hm. Was bringt mir das? 22? Ist ja gar nichts. Soll ich jetzt das Ding herstellen? Ja. Mhm. Wer ist das Ding? Schrauben. Und wie viele brauchst du? Genauso. Kann 600 herstellen. Kann man auch 500. Kann man auch 500. No. Schiff. Oh, das wird Geld. Max? Mhm. Nur am Foto und Schöner. Sag der richtig, bitte nur am Press 1. Trio was? Nuh. 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 Ach du brauchst sogar 500. Ist ja perfekt. Ja. Den Schrauben haben. Passt man in die Tonne. Nix wegwerfen. Kann man immer alles gebrauchen, gell? Ja, für den Schredder. Ja. Oh, für den Schräder. Ding. Tickets. Ja. Tickets. Meine Tickets. Meine Tickets. Ja. Meine Tickets. Eigentlich. Perfekt. Ja. Nur am Saufen. Schwoller. Es. Oh, hab schon zu viele. Du bist so lustig. Haha. Wieso? Auch lustig. Leg dich auf mir in die Kiste rein. Geh in die Kiste rein. Hier genau. Und den? Bart kann es auch ein. Gegengart. Kabel. Freut du dich einfach mal jetzt neu installieren darf? Ja, ganz bestimmt. Das glaub ich dir. Oh ja. Hm. 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 Da kommt wieder ruhig. Dann tu die Biomasse in die Generatoren hinten rein. Gibt Strom. Ja. Da zeig ich auch voll in die Blutweite. Hast du alles aufgepuppelt? Ja. Hab ich. Kannst du eine Eisenplatte nehmen? Oder Eisenstrang? Oder Eisen. Kann ich gar nicht herstellen ohne Dings. Eisen. Ich hab doch kein Eisen mehr. Na hinten. Von den Automaten kannst du hin. Hm. Ach so. Diese hier oder? Nee nicht die. Die macht ja schon alles fertig. Auch Eisen, den kannst du nehmen. Immer normal. Eigentlich schon. Den kannst du vorne nehmen. Den hier. Ja. Dann ganz links. Zwei Eilen. Steht. Die hier? Nee. Links. Nee. Soll ich nehmen oder was? Ja. Was denn? Das war doch verarbeiten. Corona-Virus. Wie hoch. Und die ganze Dorf verarbeiten. Guck mal welche Maschinen wir noch platzieren können. Oder Lager. Die Kuh. Ja. So viel wird es noch nicht geben. Oh die Mama könnte bauen. Hm. Was denn? Nix. Was? Die ist wichtig? Nee. Damit nicht. Doch. Forschungen sind wichtig. Einfutter. Ah, jetzt kann ich was platzieren. Jetzt kann man die Karte öffnen. Ja. Oder auch mal. So viel kann man doch nicht machen. Mensch. Auf die Alte. Ja. Oh. Guck mal was wir jetzt brauchen. Was ist deine Aufgaben jetzt? Was denn? Matat. Ja. Eis nicht langer. Zum Glück kannst du Eis nicht dann herstellen. Ja. Nur 60. Das heißt nichts. Oder nicht. Na schon. Kannst du dein Babyding platzieren? Ne Baby. Ich will mal eisen oder was? Mhm. Ui Baby. Hier hin oder was? Na gut. No. Ne. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Nebeneinander kannst du platzieren. Brauchst mehr. Hm? Nicht mhm. Als wie bitte. Wie würde? Hab gesagt du brauchst mehr. Ich hab nur zwei. Die anderen hast du ja. Äh ne. Äh ne. Äh doch. Ich weiß von nichts. Hehehehe. Kannst du mal gerne in deine Tasche gucken. Dann weißt du es. Ich hab Fünfe. Ja. Ich weiß. Ohne dass ich ihn gucken muss. Ich hab ja sieben hergestellt. Und ich hab nur zwei. Und ich hab nur fünf. Hm. Kannst doch welche herstellen. Mit einzelnen brauchen. Ja. Wenn ich mal welche hätte. Oder hab ich noch welche. Platten und Stangen brauche ich dafür. Ich hab keine Platten. Da guck doch. Am. Dings. Hm. Das Recht ist ja. Ah. Platten. Ja. Fertplatten. Verstellt. Ketten. Säge. Bildscanner. Buh. Puh. 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 Eisen what I have to say. Ketten. Also Buh. Eisen. Ja. Das Wort. Ja, hab ich. Bough. Wissen. Auf den Kopf deleter. Ja. Bitteschön. Vielen Dank. wir machen es ist part 4 freunde wir machen wir machen nur hier baue nur hier herstellungsfolge ist creepy langfristig die ist auch neu es gibt schon länger ich bin zehn stück kann ich erstellen ja so viele und ich gerne extrem wurde 30 ich habe und du kannst schon welche abholen hier in stellen ja doch alle nebeneinander in zusammenkuchen das war das war ein folger mein Video ist auch schon hochgeladen, Baby welches Video, Baby? ja, gute Frage ähm krabbelt mir die Nase und das heißt nur noch krabbelt mir die Nase und draufsetzen oops ja, das war ein bisschen mühsam ne ja ja, das war ein bisschen Fördergearbeit ne Stange ganz normal heißt ne Stange herstellen schon herstellen? mhm ganz schön laut bei der Maschine welche? die bei der ich grad stand ach so 600 Barren mhm auch 600 so locker machst du auch so viel dauert mhm und das die meist machen könnten selbstständig machen die meisten er nix dachte gleich wenn wir hier sind das heißt fertig dann wenn wir das Level abhaben ach so du meinst der Meilenstein mhm ja schon dann müssen wir um Sex aufstehen damit doch wieder zwei um Sex ist ist du damit auf? ui ach so ne du schläfst dann wieder länger mhm ich kein weh musst du wissen ich kann es mir auch schlafen lassen nein ich bin nicht dein Wegdienst mhm eto nö eto muss ich ah nur am essen schon wieder du willst auch mit essen matched doch was ess als Katze nein miauu mma Ass à Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF mal oben rechts. Was noch fehlt? Ja, Beton. Wow, 76. Ah, der ist jetzt wieder da. Das waren nur 10 Minuten. Ich weiß nicht. Jee, scary. Ui. Wenn ich nicht, kennst du ihn? Nee. Schönes Wetter, oder? Ja. Lalalala. Ja. Ja. Hey, baby. Hey, baby. und dann muss auch diese dinge auch machen dann was muss ich? die dinge auch machen dann na wieso denn? kommt das Flugzeug? sag nur Moments ja ich weiß nicht was das ist ich weiß du was das ist? Pakete na, wann kommen die nächsten? der eine Donnerstag ich weiß nicht was das andere immer noch ist wow wann kommt das? was? morgen? das Unbekannte aber ihr seht doch nicht, das geht nur status offen wow 308 der Beton kann ich dir keine herstellen Hätte man die E-Mail richtig gelesen von ihm dann wüssten wir es was wir meinen ja mit dem offener Betrag ja ich bin bei Uni aufgefallen eiligerweise ja da hat sie mir markiert gehabt ja ich hab ja mit neben geschrieben gehabt da hat gesagt, hier müssen wir unten gucken ja die sind wahrscheinlich nur für die Unterlagen ja ja das bestellung ja oh man ja ich hab sie schon eine Entscheidung bekommen ja weil das steht Rechnung über Hardware ich hab mir in die Hosen geschissen nein später tschüss und das wird auch nicht mal mein Lieblingsbrowser werden ja durchhauen ja ja hm jetzt schon oder was ja eh nee das zieht euch jetzt eh nicht mehr 25 Aufrufe ja ja das schon mal gebietet nö wow oder hier guck mal was brauchen wir? Platten oder wat? ne wir brauchen ja Beton Beton kann ich ja mach mal hier äh fester biotreibt na so aber hier dann verlängere ich es das geht ja glaub ich eh nicht rein hinten glaub ich oder? wo? geht es da hinten rein das geht auch hinten rein hat der Unterschied zum Biomasse ja ach so das kann ich nicht mehr bearbeiten da du nö 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 dass die leute fett lesen können dass sie es lesen können dass die leute dass die leute dass die leute 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 die leute